Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer Arbeit an den esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Wenn Sie dies für berechtigt halten, dann würde ich Sie bitten, sich diese Arbeit möglichst andächtig, vollbewusst und ohne Störungen und Unterbrechungen sich anzusehen. Zu Beginn möchte ich sprechen, ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Das ist es, was uns die Anthroposophie bringen kann, dass wir durch das Studium der Wissenschaft vom Geist erweitern können, unsere Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis so weit zu entwickeln, dass wir die selbstgesteckten Grenzen der Naturanschauung überwinden, die gesteckten Grenzen der Naturwissenschaften und über diese Grenzen hinaus schauen auf die wirkliche Welt der Seelenwelt, der Geisteswelt, dass wir so erkennen uns als geistige Wesen und in diesem Erkennen des Menschseins als Geisteswesen auch zur Welterkenntnis kommen, als eine Welt des Geistes und der Seele, aus dem wir heraus Urquellen, dass wir auch in dieser Welt, dieser Geisteswelt finden, den Urquell unseres eigenen Seins, wie wir Teil sind der seelisch-geistigen Welt, dass wir also finden in der Gottheit der Welt unser Selbst. O Mensch, erkenne dich selbst, so tönt das Weltenwort, du hörst es seelenkräftig, du fühlst es Geist gewaltig, wer spricht so weltenmächtig, wer spricht so herzinniglich, wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung, in deines Sinnes Seins erleben, tönt es durch der Zeiten Wellenweben, in deines Lebens Werdestrom, bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben, das Wort erschafft, dich fremd, erfühlend, in Raumes Seelen leere, weil du des Denkens Kraft verlierst, im Zeitvernichtungsstrome? Wo auf Erdengründen, Farb an Farbe, sich das Leben schaffend offenbart, wo aus Erdenstoffen, Form an Form, sich das Lebenslose ausgestaltet, wo erfühlende Wesen, willenskräftig, sich am eigenen Dasein, freudig wärmen, wo du selbst, o Mensch, das Leibessein, die aus Erd und Luft und Licht erwirbst, da betrittst du deines Eigenwesens tiefe, nachtbedeckte, kalte Finsternis, Du erfragst im Dunkel der Weiten, nimmer, wer du bist und warst und werdest, für dein Eigensein finstert der Tag, sich zur Seelen Nacht, zum Geistes Dunkel, und du wendest, Seelen sorgend dich, an das Licht, das aus Finsternissen kraftet, Und aus den Finsternissen hellet sich dich im Ebenbilde offenbarend, doch zum Gleichnis auch dich bildend, ernstes Geistes Wort dem Welteneter, deinem Herzen hörbar kraftvoll wirkend, dir der Geistes Bote, der allein dir den Weg erleuchten kann, vor ihm breiten sich die Sinnesfelder, hinter ihm da gehnen Abgrundtiefen, und vor seinen finstern Geistesfeldern, dicht am gehnen den Abgrund des Seins, da ertönt sein urgewaltig Schöpfer Wort, sieh, ich bin, der Erkenntnis einzig Tor, auf diese Maya Finsternis, da spricht er, aus den Weiten, der Raumeswesen, die im Lichte das Sein erleben, aus dem Schritte des Zeitenganges, der im Schaffen das Wirken findet, aus den Tiefen des Herzempfindens, wo ihm selbst sich die Welt ergründet, da ertönt im Seelensprechen, da leuchtet aus Geistgedanken, das aus göttlichen Heileskräften, in den Weltgestaltungsmächten, wellend wirkende Daseinswort, o du Mensch, erkenne dich selbst. Doch du musst den Abgrund achten, sonst verschlingen seine Tiere dich, wenn du an mir vorüber eiltest. Sie hat deine Weltenzeit in dir als Erkenntnisfeinde hingestellt. Schau, das erste Tier, den Rücken krumm, knochenhaft das Haupt, von dürrem Leib, ganz von stumpfem Blau ist seine Haut. Deine Furcht vor Geistesschöpfer sein, schuf das Ungetüm in deinem Willen, dein Erkenntnismut nur überwindet es. Schau, das zweite Tier, es zeigt die Zähne, im verzerrten Angesicht, es lügt im Spotten, gelb mit grauem Einschlag ist sein Leib, dein Hass auf Geistes offenbaren, schuf den Schwächling dir im Fühlen. Dein Erkenntnisfeuer muss ihn zähnen. Schau, das dritte Tier mit gespaltenem Maul, glasig ist sein Auge, schlaff die Haltung, schmutzig rot erscheint dir die Gestalt. Dein Zweifel an Geistes Licht gewalt, schuf dir dies Gespenst in deinem Denken, dem Erkenntnisschaffen muss es weichen. Erst wenn die drei von dir besiegt, werden Flügel deiner Seele wachsen, um den Abgrund zu übersetzen, der dich trennet vom Erkenntnisfelde, dem sich deine Herzenssehnsucht heilerstrebend weihen möchte. sind diese des dritten Tieres, glasig Auge. Es ist das böse Gegenbild des Denkens, das in dir sich selbst verleugnet und den Tod sich wählet, absagend Geistgewalten, die es vor seinem Erden lebend geistig, in Geistesfeldern lebend hielten. Ich spreche es noch einmal. Des dritten Tieres, glasig Auge. Es ist das böse Gegenbild des Denkens, das in dir sich selbst verleugnet und den Tod sich wählet, absagend Geistgewalten, die es vor seinem Erden leben geistig, in Geistesfeldern lebend hielten. Des zweiten Tieres, Spottgesicht, es ist die böse Gegenkraft des Fühlens, das die eigene Seele aushöhlet und Lebensleerheit in ihr erschafft, statt Geistgehalt, der vor dem Erden sein erleuchtend, aus Geistes Sonnen macht ihr wart. Des ersten Tieres, Knochengeist, es ist die böse Schöpfermacht des Wollens, die den eigenen Leib entfremdet, deiner Seelenkraft und ihnen gegen Mächten weint, die Welten sein, dem Götter sein, in Zukunft Zeiten rauben wollen. Des dritten Tieres, glasig Auge, es ist das Böse, Gegenbild des Denkens, das in dir sich selbst verleugnet und den Tod sich wählet, absagend Geistgewalten, die es vor seinem Erdenleben geistig, in Geistesfeldern lebend hielten. Des zweiten Tieres, Spottgesicht, es ist die böse Gegenkraft des Fühlens, das die eigene Seele aushöhlet und Lebensleerheit in ihr erschafft, statt Geistgehalt, der vor dem Erdensein erleuchtend, aus Geistes Sonnen macht ihr ward. Des ersten Tieres, Knochengeist, er ist die böse Schöpfermacht des Wollens, die den eigenen Leib entfremdet, deiner Seelenkraft und ihn den Gegenmächten weint. Die Welten sein, dem Götter sein, in Zukunft Zeiten rauben wollen. Erste Tafel aus der achten Stunde O Mensch, erkenne dich selbst, so tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig, du fühlst es Geist gewaltig. Wer spricht so Weltenmächtig, wer spricht so herzinniglich, wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung, in deines Sinnes Seins erleben, tönt es durch der Zeit den Wellenweben, in deines Lebens Werdestrom, bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben das Wort erschafft, dich fremderfühlend. in Raumes Leere, weil du des Denkens Kraft verlierst, im Zeitvernichtungs Strom. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.